Liebe Freunde, wir sehen bei unseren verschiedenen Kundgebungen in den verschiedenen Städten, dass bei allen Rathäusern die palästinensische Flagge nicht gehisst wird, sondern nur die israelische Flagge. Was sagt uns das? Wir haben nicht mehr den 7. Oktober, sondern wir haben den 18. November. Es sind über 40 Tage vergangen. Was soll das heißen? Wir haben verstanden, dass unser Staat eine Verpflichtung hat gegenüber dem Judentum. Das Judentum ist aber größer als Israel und älter als Israel. Und es ist nicht einfach damit abgetan, die israelische Flagge da hoch zu hießen. Und was ist mit der Solidarität seit 40 Tagen mit Gaza? Was ist mit der Solidarität? Wir verstehen, dass dort die Flagge hängt. Verstehen wir so, dass Solidarität mit der israelischen Armee vorhanden ist, Gaza zu bombardieren? Wie sollen wir das anders verstehen? Gibt es eine andere Interpretation? Wir erleben seit dem 7. Oktober 40 mal 7. Oktober. Wetzlar, warum hängt da keine palästinensische Flagge? Wir haben genug mitgebracht. Wetzlar, häng auf deinem Rathaus eine palästinensische Flagge, wenn du für die Völkerverständigung bist. Wenn du für den Frieden bist. Häng sie zusammen mit der israelischen Flagge. Aber sei eine Brücke. Schaffe Parität. Die Menschen in unserem Land entfremden sich von diesem Land. Sie fühlen sich nicht repräsentiert. Wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir die Zeitung lesen, sehen wir nur eine Seite und wir sehen keine Empathie. Wir sehen kein Mitleid mit den Kindern. Versteht ihr das? Mütter, versteht ihr das? Nein. Ich verstehe das nicht. Wir verstehen das nicht. Ihr da drüben, versteht ihr das, dass wir empört sind? Versteht ihr, dass wir traumatisiert sind? Und ihr kommt hierher und beschuldigt uns mit Anti-Judaismus? Schämt euch. Shame on you. 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 Wir sind für Menschlichkeit. Ist das so schwer zu verstehen? Warum trauen sich deutsche Politiker, warum trauen sich Wetzlarer Politiker nicht, hier mit uns zusammenzustehen? Wovor habt ihr Angst? Für Völkerrecht einzutreten? Für Menschenrechte einzutreten? Ist das verboten in Deutschland? Ist das gleichzusetzen mit Anti-Judaismus? Wohin sind wir gekommen? Israel. Wenn du die Hamas loswerden willst, es ist ganz einfach. Ich gebe dir einen ganz einfachen Rat. Netanyahu. Nicht mit Bomben. Nicht mit Töten von Kindern. Nicht mit Töten von Frauen. Nicht mit Töten von Alten. Nicht mit Sachen, mit denen man in die Hölle kommt. Was opferst du? Was opferst du? Deine Menschlichkeit? Es ist ganz einfach, die Hamas loszuwerden. Schaffe Gerechtigkeit. Schaffe Gerechtigkeit. Hör auf mit der Besatzung. Hör auf, das Land von Fremden wegzunehmen. Hör auf, Siedlungen zu bauen. Hör auf, deren Hauptstadt Ost-Jerusalem zu annektieren. Hör auf, Kirchen zu bombardieren. Ihr habt nicht nur keinen Respekt vor Moscheen, sondern ihr habt keinen Respekt vor den Kirchen in Gaza. Wo ist die Stimme der Kirchen? Wo ist die katholische Kirche Wetzlar? Wo ist die evangelische Kirche Wetzlar? Warum protestiert ihr nicht mal, wenn eure Kirchen bombardiert werden? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich will euch gerne hören. Ich bin gerne bereit, dass wir im Dialog treten. So schafft ihr die Hamas weg. Nicht durch Bombardierung. Jedes einzelne Kind, das dort gerade stirbt. Was glaubt ihr, was die anderen Kinder werden? Die werden zu Hamas kämpfern. Die werden zu Hamas kämpfern. Deswegen hört auf. Seid gerecht. Anders wird es auch für euch keine Ruhe und keinen Frieden geben. Und auch für den Rest der Welt. Das ist eine Bedrohung für den Frieden weltweit. Es könnte einen Flächenbrand geben. Israel, du musst umdenken. Und Deutschland, du musst aufhören, eine rechtsextremistische, eine nationalistische, chauvinistische Regierung in Israel zu unterstützen. Wie kann es sein, dass wir hier für den Rechtsstaat eintreten und dort für einen Staat, der mit Rechtsstaat nichts zu tun hat, unterstützen? Das ist Doppelmoral. Deutschland, du bist selbst verlegen in dieser Situation. Unsere Repräsentanten sind verlegen. Ihnen ist es auch peinlich. Aber sie sind weiter auf diesem Weg. Hört auf mit der Doppelmoral, weil das Volk in Deutschland ist in ihrer Mehrheit nicht hinter euch. Das Volk hat Angst, seine Stimme zu erheben. Merkt ihr nicht, dass es eine Riesenkluft, eine Riesenkluft gibt zwischen den Repräsentanten des Staates, der veröffentlichten Meinung und der Bevölkerung? Die deutsche Bevölkerung denkt nicht so. Lasst euch nicht entfremden. Viele von euch denken gerade, das kann nicht wahr sein. Warum sind meine Nachbarn so? Die Nachbarn, die sagen einfach nichts, weil sie eingeschüchtert sind. Aber die Repräsentanten dieses Staates repräsentieren nicht die Meinung der deutschen Bevölkerung. Lasst euch nicht täuschen. Die denken, die haben ein Herz. Die haben auch ihr Herz am richtigen Fleck. Lasst euch nicht täuschen und entfremden. Ich möchte als Nächsten.